Jetzt weiss ich nicht mehr für Filmen und so, das ist die Banane, die muss sich jetzt die Aufgabe der Dschungelprüfung die muss sich die Banane runterholen. Und hier oben ist die Hälfte vom Strunk. Da muss ich mir da irgendwie reinhauen. Also wenn man es sieht, kann ich also ich bin am Filmen, am Filmen und am Schnätzeln. Da muss man vorsichtig sein, dass die Banane nicht am Boden fallen. Oh, da hat die Schlange es nicht gleich in der Hand. Ich muss es nicht mehr machen. So, gestern auf Erstgeräusche gehört, so. Da muss man vorsichtig, vorsichtig, ich kann nicht beides, ich kann nicht filmen beides. Meine erste Banane im Raum gehört nicht zu. Und da ist der Hegel da, die Kette im Ausland. Aber das ist bei den Aargängen so. Siehst du? Ein sauberer Schnee, dass es geht. Es darf auch noch abwachsen sein, es droppt. Und jetzt muss ich das hier abschneiden. Und ich da schlitzel. Ich habe den Pirmum auf dem Berg, das ist noch sehr schwierig. Ich habe die Geräusche gehört. Die Kette im Ausland. 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 So... Ich bin jetzt nicht mehr mit der Schneide. Ich nehme nur mit.